Oder Himmelsgarten. Sehr schön, schöne Anlage. Also hier ist schön. Ja, man kann... Hier ist wirklich schön. Ja. Ja. Cosima schaut immer meinen Status in WhatsApp ab. Ja? Ja. Also bei mir siehst du es nicht, ne? Da siehst du sie dann später. Sie wird das sehen, ja. Ich guck bei dir auch immer. Aber bei mir kannst du das nicht wissen, weil ich diese blauen Striche weggemacht habe. Ach so, okay. Dann siehst du das nicht. Seh ich nicht, ja? Ich guck auch nicht. Immer. Immer. Habt ihr aber deinen Namen nicht gesehen, ne? Ja, den siehst du nicht. Sehr schön. Soll ich mich mit neu setzen? Cosima, kommst du mal noch mal zu mir? Mit deinem Freund, ja?